Moin Leute und schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Review hier bei mir auf dem Kanal und heute habe ich ein kurzes knackiges Review zu dieser Marvel Legends Figur und mal wieder eine Marvel Legends Figur eigentlich kaum noch wirklich bei mir auf dem Radar aber das hier ist der Magneto aus der Spiderman Vintage Wave und Elektro war eigentlich noch der einzige klassische Spiderman Bösewicht der mir gefehlt hat und da mir die Elektros aus den letzten Jahren nicht so zugesagt haben habe ich eben auf eine klassische Variante gewartet und hier ist sie endlich und da musste ich unbedingt dann noch mal zuschlagen aber auch mit einem kleinen Hintergedanken denn ich habe immer noch einen alten Elektro hier bei mir rumfliegen und zwar den ich muss mal kurz gucken dass der Kopf drauf bleibt den Teubis Elektro ganz merkwürdiger Körper noch ein bisschen schlachsiger finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt aber mit einem richtig geilen Kopf und deshalb habe ich vorsorglich nicht weil ich dachte dass irgendwie die Figur schlecht wird diese Magneto aber ich habe diesen Kopf schon mal ausgehöhlt unten um ihn passend für diesen Körper zu machen denn wir fangen oben mal an tatsächlich ist meiner Meinung nach der Kopf hier eigentlich das schwächste denn wie man hier vielleicht sehen kann die Augen sind nicht also die Maske sitzt nicht vor dem Gesicht sondern die Augen wurden auf diese Maske oder in diese Maske eingearbeitet und sie ist verdammt riesig ich finde die kleinere ein bisschen charmanter nichtsdestotrotz gut verarbeitet es passt Elektro ein ganz klassischer Bösewicht daher auch ein Vintage Kostüm grün mit Blitzen wir haben hier an den Armen haben wir auch noch mal diese Stromform das gleiche auf dem Rücken hinten das Loch im Rücken um ihn an ein Stand an einem Stand zu befestigen um ihn vielleicht fliegen zu lassen das Design zieht sich hier an den Beinen natürlich weiter und was die Beweglichkeit angeht kriegen wir die typische Marvel Legends Kost auf jeden Fall genug um dynamische Posen mit dieser Figur darzustellen aber eben man sieht Gelenke und das ist ja genau das warum ich eigentlich mittlerweile Mesko bevorzuge aber an sich eine sehr schöne Figur hat alle nötigen Bewegungspunkte steht fest sieht auch ganz gut aus und kommt standardgemäß mit zwei Fäusten aber es wäre nicht Elektro wenn nicht auch irgendwie Elektrizität mit rein spielen würde und deswegen gibt es dieses paar Hände noch dazu ein paar Hände bei denen Elektrizität aus den Fingern schießt die lassen sich ganz einfach befestigen ziehen die Finger raus mit dem kleinen Stab poppen diese ran auch ganz einfach im Gegensatz zu den Power Rangers sind hier bei den Marvel Legends die Nupsies die Gelenke die Pins noch klein geblieben was auch absolut reicht und so können wir Elektro in eine coole Pose bringen in der er mit Hilfe seiner Elektrizität nach vorne dash oder man kann ihn natürlich auch fliegen lassen dafür ist zum Beispiel auch hier der Hals relativ weit nach oben bewegbar dann mit einem Stand kann man auf jeden Fall Flugposen einnehmen ich finde ich ziemlich cool die Effekte sind auch super gemacht für ich glaube 30 Euro 25 Euro was diese Figur kostet kriegt man da als Marvel Legends Freund und vielleicht auch als Sammlungsvervollständiger hier eine echt witzige Figur ein Klassiker aber kommen wir noch mal eben zum letzten Part den ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte wie sieht denn dieser Elektro mit meinem Lieblings Spider-Man mit meinem Lieblings Elektro Kopf aus man kriegt ihn mittlerweile ganz gut drauf ich könnte ihn vermutlich noch ein bisschen doch ich kriege noch ein bisschen tiefer rein damit der fest sitzt und dann sitzt er auch fest im direkten Vergleich natürlich wirkt er etwas kleiner ich glaube auch dass er etwas kleiner ist zumindest wenn ich mir die nebeneinander anguckt kann aber auch eine optische Täuschung sein weil hier natürlich auch die Maske um einiges größer ist aber das Kinn von der Länge her dürfte fast gleich sein und von daher lasse ich diesen Kopf auf jeden Fall auf dieser Figur natürlich der Oberkörper ist ein bisschen breit wenn die Maske jetzt hier ein bisschen größer wäre wäre es glaube ich noch ein Stück besser aber es funktioniert und ich finde das ist tatsächlich meiner Meinung nach einer der besten Marvel Legends Köpfe noch aus dieser Toy-Biss Zeit und deswegen möchte ich den ungern wegschmeißen und ich habe halt sozusagen alles versucht um ihn weiter zu verwerten und bin echt zufrieden das ganze würde jetzt nur noch abgerundet werden wenn einer meiner Lieblings Customizer vielleicht Scoticus Customs einen Stoffanzug für Elektro machen würde dann wäre die Figur perfekt und perfekt ist auch diese Zeit für dieses Review denn mehr gibt es zu dieser Figur gar nicht zu sagen auch nicht zu zeigen wie gefällt euch die Figur wie gefällt euch das Video schreibt es in die Kommentare lasst einen Daumen nach oben da abonniert den Kanal auch wenn ihr das noch nicht getan habt und besucht mich auf Instagram und Twitter das war's für dieses kurze Review bis zum nächsten Mal tschüss A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-S Untertitelung des ZDF, 2020